Mega-Aktion ab dem 20. Mai von Olympus. Das Ganze gibt es hier bei Fotogressung. Hier ist Patrick. Grüß dich. Hallo. Patrick, Aktion von Olympus. Was genau gibt es von Olympus ab dem 20. Mai? Genau, wir haben jetzt von Olympus die Sommer-Aktion. Also tolle Angebote, Cashback, kostenlose Objektive. Da haben wir einiges, was wir euch heute zeigen können. Genau. Und das Ganze machst du nicht alleine. Du hast Unterstützung dabei. Grüß dich. Guten Tag. Moin, ich bin der Andreas von Olympus. Ich freue mich heute hier zu sein. Erstmalig kann ich mit Patrick zusammen unsere neue Sommer-Aktion vorstellen. Da freue ich mich drauf. Genau, die Sommer-Aktion von Olympus. Wir haben schon erfahren, ab dem 20. Mai geht es los. Und ja, wir haben es ein bisschen vorbereitet. Wir haben ja auch ein paar Modelle von Olympus dabei. Und was genau die Aktion beinhaltet, erfahren wir jetzt. Ja, also hier haben wir zum Beispiel jetzt die EM10 Mark III. Das ist im Moment so das OM-D-Einstiegsmodell. Und hier gibt es zu jeder Modellvariante kostenlos das 45 Millimeter dazu. Wie funktioniert das Ganze? Bekomme ich das Objektiv direkt beim Kauf oder was muss ich machen? Nein, also man entscheidet sich in dem Fall für dieses Set, was Patrick gerade gezeigt hat, EM10 Mark III. Egal mit welcher Objektivvariante man dieses Set kauft, erhält man dieses wunderbare Objektiv. Super lichtstark, ein schönes festbrennweitiges Objektiv, was besonders gut für Porträtbrennweiten oder für Porträts geeignet ist und damit zu fotografieren, wenn ganz wenig Licht da ist. Ich muss mich dafür nur registrieren, richtig? Genau. Einmal nach dem Kauf den Kaufbeleg einfach bei Olympus hochladen und dann habe ich die Möglichkeit, innerhalb von kürzester Zeit das Objektiv nach Hause gesendet zu bekommen. Wow, genial. Das heißt, ich kaufe mir hier diese geniale Kamera hier bei Fotogressung. Den Kaufbeleg nicht vergessen, registrieren bei Olympus, hochladen und nach wenigen Tagen bekommt man das geniale Objektiv dazu. Also, coole Sache. Absolut. Jetzt gibt es noch ein weiteres Highlight. Olympus hat vor kurzem ein neues Objektiv gelauncht und das haben wir schon vorgestellt. Und dieses Mal ist es so, dass wir sogar die neue Kamera, die EM10 Mark III, mit dem Objektiv anbieten. Vielleicht machen wir das gerade mal auf die andere Kamera drauf. Und auch hier hat man die Möglichkeit, in diesem neuen Set, was ab Mitte Mai passend zur Sommerpromotion dann endlich im Fachhandel sein wird, da haben wir die Möglichkeit, auch ebenfalls das 45 Millimeter dazu zu bekommen. Das Geniale ist, Patrick, rechne mal vor, was das ausmacht. Genau. Wir haben eben schon kurz drüber gerechnet, was man hier eigentlich sparen kann. Ich habe normalerweise die Kamera für Body war 629. Genau. Genau, dann das Objektiv normalerweise 899 Euro. Wenn wir dann noch das 45 Millimeter draufrechnen, sind wir bei, was hat man jetzt gehabt? Das ist nochmal 299 Euro, sodass man roundabout die 1529 Euro, wenn man es einzeln zusammensetzen würde, in diesem Set hat. Das Set alleine kostet aber bei Fotogressung 1199 Euro. Und der Kunde erhält wunderbares 45er ebenfalls dazu, weil die 45 Millimeter Aktion als Sommerpromotion für alle eben 10 Mark III Modelle gilt. Also auch für das neue 12 bis 200 Kit. 12 bis 200 Besonderheit, ein schönes Reiseobjektiv. Genau, das Objektiv, was immer draufbleiben kann. Also ich habe den kompletten Brennweitenbereich abgedeckt. Vom Weitwinkel bis zum extremen Telebereich ist ideale Urlaubsobjektiv. Und damit kann ich alles super abdecken. Das Einzige, was man jetzt sagen könnte als Nachteil, gut, die Blende ist ja jetzt nicht so toll bei dem. Darum haben wir dann auch das 45er als lichtstarkes dazu. Und dann habe ich mit zwei Objektiven eine ideale Ausrüstung. Außerdem ist das Besondere bei diesem Objektiv, dass wir eine außergewöhnliche Naheinstellgrenze haben. Zwar sind die Lichtwerte im Telebereich mit 6,3 nicht so super, aber wir haben natürlich beim Reiseobjektiv 90 Prozent der Aufnahmen, die eigentlich draußen stattfinden. Und so ist es eigentlich auch ein nettes Extra, dass das Objektiv spritzwassergeschützt ist und wir eine außergewöhnliche Naheinstellgrenze haben, sowohl im Weitwinkel als auch im Telebereich. Ich würde sagen, da machen wir gleich auch mal Beispielbilder dazu. Gehen wir mal raus. Und fotografieren mal ein bisschen, dass die Leute auch sehen, was man damit überhaupt machen kann und wofür das Objektiv alles geeignet ist. Auf jeden Fall alles in allem. Diese Setkombination mit dem 45er zusammen in der Sommerpromotion vom 20. Mai bis Mitte August ist ein mega Knallerangebot. Und das Set gibt es in der Form noch nicht. Es ist also jetzt ganz neu und ab sofort bei Fotogressum im Handel zu bekommen. Das heißt, schnell vorbeikommen, zuschlagen. Bis Mitte August hat man Zeit. Aber das ist ja noch lange nicht alles. Ihr habt ja noch viel, viel mehr im Angebot. Ja, das Objektiv ist also eins, was einen besonderen Bereich abdeckt. Und so haben wir auch ein neues Set mit dem Flaggschiff E-M1 Mark II. Hier gibt es auch die Möglichkeit, während dieser Sommerpromotion als Besonderheit nicht das Objektiv, sondern den Batteriehandgriff dazu zu bekommen. Man kann also hier relativ schnell und einfach das Ganze miteinander verbinden und hat so die Möglichkeit, einen zusätzlichen Akku mit in der Kamera einzusetzen und die Kamera im Hochformat einzusetzen. Die Besonderheit hier ist, dass es auch mit dem Reiseobjektiv, Patrick, ein tolles Set gibt, sodass wir auch ab Ende Mai hier die Möglichkeit haben, das Set E-M1 Mark II in Verbindung mit dem 12-200 zu bekommen. Und das Ganze innerhalb der Sommerpromotion, diesen Handgriff noch dazu. Also jede Menge Kombinationsmöglichkeiten und Angebote. Also ein riesen Programm auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ganz wichtig ist es, auch wenn man ein Gehäuse, also E-M1 Mark II einzeln kauft oder eine andere Set-Variante mit einem anderen Objektiv, auch dann bekommt man den kostenlosen Handgriff dazu. Die Vorgehensweise ist genau die gleiche wie bei dem Objektiv. Das heißt, man lädt den Kaufbeleg bei Olympus hoch und bekommt kurz später den Handgriff kostenlos zugesendet. Genau, wichtig ist immer sich, genau wie du es gesagt hast, sich vorher zu registrieren auf der Olympus-Seite, damit man eben auch im Genuss dieser ganzen Rabattaktion kommt. Der Akkugriff, was kostet der? Der liegt bei, das weiß ich gar nicht genau. Also 179 Euro. 279. Genau. Ja, das ist mein Wort. 279 Euro, weiß ich, on top geschenkt. Einfach, so ich zeige dir nochmal, das ist auch wirklich ordentlich, genau. Genau, ja, kann man mich gerne einladen. Okay, wir gehen weiter, weil ich habe es gerade eben schon gesagt, das ist noch lange nicht alles. Und hier sehen wir auch schon, hier ist wahrscheinlich das Mega-Highlight der ganzen Aktion, der ganzen Sommeraktion von Olympus. Ja, hier haben wir unser neues Flaggschiff, EM1X, eine Kamera für den anspruchsvollen Fotografen, für extreme Bedingungen geeignet. Patrick hat es beim letzten Mal schon super vorgestellt und er wird jetzt euch auch diese tolle Aktion vorstellen. Genau, also hier haben wir die EM1X. Da gibt es in der Sommeraktion 300 Euro Cashback, wenn man die Kamera kauft, in Verbindung mit einem von den Objektiven, die wir hier hingestellt haben. Da haben wir zum Beispiel das 300 Millimeter Blende 4. Ein absolutes Hammer-Objektiv für Sportfotografie, für Tierfotografie. Wenn man es umrechnet auf Kleinbildformat, haben wir hier 600 Millimeter und das ist echt der Hammer, so kompakt. Wir haben jetzt hier auch die Gegendichtblende vorne aufgesetzt, dadurch ist es noch mal ein bisschen größer. Genau, so ist es eigentlich von der Größe und das mit 600 Millimetern, das ist echt der Wahnsinn. Und dann haben wir hier, das, eigentlich kommt man nicht drum rum, das ist so das Profi-Tele-Objektiv, das 40 bis 150 2.8, also durchgehende 2.8er Lichtstärke bei jedem Zoom-Bereich und das ist eigentlich ein Muss dafür. Ja, wir haben schon gesagt, das ist wahrscheinlich das Mega-Highlight der ganzen Zoom-Aktion, das heißt, hier bekomme ich 300 Euro Cashback, richtig? Ja, das ist richtig, also man entscheidet sich für eine EM1X und eins dieser drei Objektive im Set, das heißt, der Body ist immer alleine und wenn man eins dieser drei vorgestellten Objektive dazu nimmt, bekommt man, wenn man sich wieder registriert bei Olympus, 300 Euro in Cash zurück, also ein Cashback, ja genau. Wobei das dritte haben wir noch gar nicht vorgestellt. Stimmt, das war auf der Kamera drauf. Genau, das haben wir hier die ganze Zeit drauf, das ist das 12 bis 100, das ist auch wieder eins, was eigentlich so den üblichen Bereich abdeckt. Ich habe also ein Objektiv umgerechnet von 24 bis 200 Millimeter, durchgehend Blende 4, mit einer Top-Bildleistung. Wir hatten damals auch die EM1X damit getestet, haben hier aus dem Fenster Bilder gemacht. Hier habe ich auch den Vorteil, Stabilisator im Objektiv und in der Kamera arbeiten zusammen. Also das ist echt eine super Kombination und eigentlich brauchen wir alle drei Objektive. Ja, jetzt ist natürlich die Versuchung nahezulegen, zu sagen, na gut, wenn ich alle drei kaufe, funktioniert dann die Aktion auch noch oder wie? Ja, es funktioniert, aber nur, wenn man auch drei Kameras dazu kauft. Also es geht immer Kamera mit einem Objektiv zusammen. Wenn man jetzt drei Kameras kauft, kann man dreimal absahnen, aber es ist immer Kamera mit Objektiv zusammen. Also ich kann nicht drei Objektive kaufen und dafür 900 Euro Cashback kassieren. Genau, aber so oder so, es ist einfach ein mega geniales Angebot und ich meine, hallo, 300 Euro Cashback, das ist mal ein Wort. Patrick, du hast es schon angesprochen gehabt, wir wollen gleich ein bisschen noch zeigen, was die Kameras auch können. Genau. Ich würde sagen, wir gehen eine Runde raus, draußen ist geniales Wetter und dann machen wir nochmal einen kleinen Bildtest mit den Kameras. Wie versprochen, wir sind rausgegangen und wollen jetzt natürlich die Kameras im Einsatz sehen. Patrick, wie ist der Plan? Ja, also wir haben jetzt hier einmal die EM10 Mark III dabei und das 12 bis 200 direkt drauf. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal ein paar Vergleichsbilder, wo wir gucken, was kann die Kamera mit dem Objektiv, wofür ist das überhaupt geeignet und wann kann ich das benutzen? Ich würde sagen, du bist einfach jetzt am Fotografieren und wir haben einen Profi, der uns das Ganze erklären kann. Ja, genau. Also wir haben die Möglichkeit mit dem Reiseobjektiv, jetzt gerade hier unten an der Saar, die Möglichkeit mal zu zeigen, dass es für Landschafts- und Städtetouren absolut super geeignet ist. Patrick stellt mal ein eben und zeigt, wie schön die Kamera vom Weitwinkel bis zum starken Telebereich im Einsatz ist. Die Bilder, die wir jetzt machen, können wir später euch kurz einblenden, um zu sehen, was eigentlich bei so einem Riesenbereich der Unterschied ist vom Bildwinkel her. Ich habe jetzt mal einen Brennweitenvergleich gemacht, wo man schön sehen kann, im Weitwinkel habe ich im Prinzip die ganze Landschaft drauf und im Telebereich kann ich dann ein Schild direkt nah ranholen, was weiter weg ist. Also man sieht schon auf dem Vergleich, dass es deutlich näher ist und das alles in einem Objektiv ohne zu wechseln. Das ist halt wirklich die Besonderheit hier, dass ich so einen extremen Bereich in einem abgedeckt habe. Auch einfach praktisch, genau, das ist ja der Vorteil. Du musst nicht wechseln, bist unterwegs und kannst quasi direkt die unterschiedlichsten Motive dann fotografieren. Genau, man hat im Prinzip hier den Vorteil, mit einem Objektiv eigentlich alles abzudecken. Man ist super flexibel, die Nahaufnahmen sind auch noch mit bei. Also man hat die Möglichkeit, wirklich 25 Zentimeter im Weitwinkelbereich heranzugehen und im Telebereich sind sogar 70 Zentimeter, sodass ich also auch Insekten oder ähnliches, wenn ich unterwegs bin, aufzeichnen kann. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Patrick zeigt mal eben, wenn man Nahaufnahmen macht, in welchem Bereich man da gehen kann. Das Schöne bei der EM10 Mark III ist, dass sie einen Schwenkmonitor hat und selbst bei so starken Lichtverhältnissen, wie wir sie jetzt haben, aus der Hüfte, aus Bodenperspektive tolle Nahaufnahmen machen kann. Die Bilder blenden wir jetzt auch gleich ein. Da kann man ganz gut sehen, wie toll die Schärfe ist und man hier mit so einem Reiseobjektiv universell arbeiten kann. Wie wir jetzt gesehen haben, das ist die ideale Reisekamera mit dem Objektiv zusammen. Ich habe also ein Objektiv, was alles abdeckt, kann damit im Prinzip im Urlaub alles, was mir vor die Nase kommt, fotografieren, egal wie weit es weg ist. Jetzt gibt es natürlich auch viele, die sagen, das Objektiv ist mir zu viel, zu groß. Ich will ja gerade die Olympus, um eine kleine Kamera zu haben, die ich immer dabei haben kann. Dann gebe ich die mal weiter. Gehen wir zu dem anderen Set. Das ist im Prinzip das typische Einstiegsset bei der OM-D. Das ist jetzt die EM10 Mark III mit dem 14-42 Pancake Objektiv. Man sieht schon, es ist super schlank. Und wenn ich sie einschalte, fährt es elektronisch raus. Dann habe ich meinen elektronischen Zoom hier dran, der gerade bei Videos einen sehr weichen, gleichmäßigen Zoom macht. Und damit habe ich meine komplette, ich sage mal, Normalbrennweite abgedeckt bis zum Portraitbereich. Und kann damit dann auch die ganzen Bilder machen, vom Weitwinkel bis in diesen Portraitbereich rein. Also wenn wir hier mal den Vergleich machen, haben wir etwas weniger als eben mit dem 12-200. Und wenn ich hier ran zoome, komme ich natürlich nicht mehr ganz so weit. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wozu brauche ich dann noch das 45er dazu, was es kostenlos gibt. Weil hier habe ich 42 Millimeter, ist ja fast das Gleiche. Dafür machen wir einfach mal einen Portraitvergleich. Wir haben hier unser super Model dabei. Das Olympus Topmodel. Oh, jetzt aber. Einmal hier mit dem 14-42. Der Hintergrund ist noch relativ scharf zu sehen. Als Vergleich mache ich jetzt mal das 45er drauf, was es dann kostenlos dazu gibt. Und hier ist halt der Vorteil, ich habe die Lichtstärke 1,8. Und die ist hauptverantwortlich für die Hintergrundunschärfe. Und genau das ist das, was man bei dem Portrait will. Ob das Wetter zu schön ist dafür? Hier haben wir es jetzt. Und jetzt sehen wir schön den Vergleich. Einmal mit dem Portraitobjektiv, mit dem 45er Hintergrund wunderbar unscharf. So wie man es gerne hätte. Und mit dem Standardobjektiv habe ich halt noch einiges im Hintergrund zu sehen. Das ist das, wie man es auch vom Handy kennt. Der Hintergrund ist nicht wirklich unscharf. Dann habe ich halt mein normales Bild. Und für Portrait mache ich einfach das 45er drauf. Und das ist immer noch so klein, dass ich es problemlos in so eine Jackentasche reinkriege, ohne dass es stört. Ich kann es immer mitnehmen. Auf jeden Fall haben wir jetzt deutlich gesehen, es lohnt sich bei Olympus zuzuschlagen. Ab dem 20. Mai geht es los. Erklär doch mal ganz kurz, was beinhalten jetzt die ganze Aktion? Sommer Promotion. Alle Modelle eben 10 Mark 3. Egal ob mit Reisezoom, mit dem kompakten 1442 Zoom oder mit jeglichen anderen Sets, die es im Moment gibt, gibt es das wunderbare 45 1,8 Objektiv dazu kostenlos. Man muss sich einfach bei Olympus registrieren, den Kaufbeleg von Gressung hochladen und man bekommt innerhalb von kürzester Zeit das Objektiv kostenlos nach Hause gesendet. Ein mega geniales Angebot, geile Aktion von Olympus, die es bei euch bei Fotogressung natürlich gibt. Jetzt verrate noch, falls es irgendjemand nicht wissen sollte, wo man Fotogressung findet, wo, wann und wie, komme ich am besten zu euch. Also wir sind in der Diskontopassage in Saarbrücken. Das ist unterirdisch beim Karstadt. Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr und Samstag von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Genau, einfach vorbeikommen und dann geht es los ab dem 20. mit der genialen Olympus-Aktion. Euch beiden, vielen Dank und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.